Hallo, was gibt es denn Neues bei Nilfisk? Die Firma Nilfisk stellt hier auf der Leistungsschau Stahlgrube in Chemnitz die neue Attix Baureihe 33 vor. Attix Baureihe 33 mit neuem automatischen Filtersystem InfiniClean. Automatische Filterabreinigung bedeutet, wir arbeiten im Dauerbetrieb auch mit Feinstäuben, ohne dass der Filter zugeht und damit brauchen wir auch keine zusätzliche Filtersäcke, das heißt Betriebskosten kommen keine zusätzlichen dazu und es muss auch die Arbeitszeit nicht unterbrochen werden, um den Filter zu reinigen. Als zweites ist neu, dass der Filter nicht mehr im Behälter ist, sondern am Ausgang des Saugers hat auch den Vorteil für maximale Auslastung oder Ausschöpfung des Behältervolumens. Okay und wie kriegt man dann den Schmutz aus dem Sauger? Den Schmutz aus dem Sauger ganz einfach, Kopf abnehmen, Behälter ausleeren wie ein Abfalläumer. Klingt super, vielen Dank. Bitteschön.